Sieben Tipps für die Bearbeitung von Vocals mit einem Equalizer. Ich verrate dir heute meine sieben Kernfrequenzen, die ich nahezu immer mit einem Equalizer bearbeite, wenn ich eine Stimmaufnahme vorliegen habe. Und zwar egal ob Rap, Gesang oder auch eine Podcastaufnahme, diese sieben sind auf jeden Fall immer Bereiche, die ich mir genauer anschaue. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und für viele von uns hier in unserem Heimstudio ist ja die Stimmaufnahme nahezu der einzige Berührungspunkt mit der analogen Welt, also der Punkt, wo man tatsächlich was aufnimmt. Heutzutage kann man sich ja viele Produktionen über MIDI oder über Loops und Samples und so weiter so sauber zusammenklicken, dass man wirklich schon einen perfekten Grundsound hat und dass man wirklich gar nichts echt aufnehmen musste, bis zu dem Punkt, wo man eine Stimmaufnahme machen musste. Das gilt ganz oft auch für Rap-Aufnahmen, wo vielleicht schon ein fertiges Playback vorliegt und wo man jetzt die Stimmaufnahme vor sich vor der Brust hat und dafür sorgen muss, dass die jetzt halt perfekt in das Playback reinpasst. Oder man nimmt einen Podcast auf und hat dann auch das Mikro da stehen und muss da reinquatschen. Natürlich ist es nicht ganz so banal, sich einfach nur vor das Mikro davor zu stellen und einzusprechen, aber wichtig, neben der guten Aufnahme ist natürlich auch eine gute Nachbearbeitung mit einem Equalizer. Ich habe festgestellt, ich habe mich neulich mal dabei beobachtet, wie ich Vocals bearbeitet habe und habe festgestellt, dass ich eigentlich immer so genau sieben, das ist sieben, sieben, also jetzt aber sieben Kernbereiche habe, die ich mir mal genauer anschaue. Und diese sieben möchte ich dir heute mal verraten, mit dem Blick darauf, dass ich dir auch die Hintergründe ein bisschen erkläre, warum ich das mache, damit du demnächst nicht immer sieben Moves machst bei der Bearbeitung von deinen Vocals, sondern damit du genau gezielt darauf zugreifen kannst, was du erreichen möchtest mit diesen Moves. Die schauen wir uns gleich mal genau am Beispiel in der Session hinten an. Und ich habe als perfektes Beispiel dafür, für verschiedene Aufnahmen, die einem vorliegen können. Man macht ja nicht immer selber die Aufnahmen, sondern kriegt die manchmal auch selbst zugeschickt und muss die danach bearbeiten. Und da kann es passieren, dass der eine Sänger so ein Stück vor dem Mikro gestanden hat, mit einem mega Nahbesprechungseffekt und dass der andere irgendwie so weit vom Mikro weggestanden hat und überhaupt keinen Nahbesprechungseffekt hat. Dementsprechend klingen die Vocals natürlich unterschiedlich, wenn man 5, 10, 20 oder auch 30 Zentimeter vom Mikrofon wegsteht. Wir schauen uns aber an, dass diese Equalizer-Einstellungen, die ich dir gleich verrate, bei jedem Vocal gut funktionieren und man bei dem einen oder anderen dann an der einen Stelle ein bisschen mehr und ein bisschen weniger justieren muss. Aber wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Session an. Wenn dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und falls du neu auf diesem Kanal sein solltest und dir gefällt, was du hier siehst, würde ich mich freuen, wenn du mich unterstützt mit einem Klick auf den Abo-Knopf, vergiss daneben nicht die Glocke und alles auswählen, dann kriegst du auch immer einen Hinweis, wann das nächste Video erscheint. Jetzt gehen wir aber in die Session rüber und ich zeige dir mal, welche sieben Kernfrequenzen ich bei Stimmaufnahmen immer anpacke. Los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, hier sind die vier Aufnahmen, die ich gemacht habe. Und ich habe sie auch passend benannt. Hier ist zum Beispiel die Aufnahme mit 5 cm Abstand zum Mikrofon, 10, 20 und 30 cm Abstand zum Mikrofon und die sollen jetzt nachbearbeitet werden. Beispielhaft habe ich jetzt mal die mit 10 cm Abstand genommen, weil die so ein kleines bisschen Überbetonung schon im unteren Mittenbereich hat oder im hohen Bassbereich, kannst du dir aussuchen, auf jeden Fall im Nahbesprechungsbereich rund um die 200 Hz und da auf jeden Fall einiges an Arbeit ansteht, die aber hinterher durchaus auch übertragbar ist auf die anderen Stimmen. Bitte verstehe aber die Anregung, die ich dir jetzt hier gebe, nicht als Gesetzmäßigkeiten. Also nicht jetzt faktisch und immer knallhart danach da durchgehen. Wie Jonas hat gesagt, Lok hat bei 80 Hz, das ist nicht alles richtig. Nein, das auf jeden Fall nicht. Ich möchte, dass du die Prinzipien verstehst. Das heißt, dass du genau weißt, warum du welche Sachen anwendest. Und diese sieben Bänder, die ich dir jetzt hier sage, die nutze ich auch nicht immer alle, aber ich check die zumindest, wenn ich die Vocals bearbeite und gucke, ob da was zu bearbeiten ist oder nicht. Und wenn da nichts zu bearbeiten ist, dann gilt die alte Regel, wenn es gut klingt, dann Finger weg. Aber jetzt schauen wir erst mal rein. Ich lasse dich mal teilhaben hier an dem, was wir als Basis haben. Das klingt im Moment mit 10 cm Abstand eingesungen so. Relativ ruhige Aufnahme, auf jeden Fall Gesang, aber eine ruhige Aufnahme, die im Prinzip auch eine Sprachaufnahme sein könnte. Natürlich keine lauten Rap-Vocals und natürlich auch kein lauter Metal-Gesang, aber trotzdem sind die Prinzipien, die ich dir jetzt gleich verrate, für alle vier oder für alle anderen Sachen auch anwendbar. Wichtig ist, dass du verstehst, dass jede Aufnahme anders ist. Jedes Mikro ist anders, jeder Sänger, Sängerin ist anders, jeder Preamp ist anders, jeder Raum ist anders und dementsprechend kann es durchaus sein, dass bei der einen Aufnahme vielleicht ein bisschen mehr reingedreht werden muss in dem Bereich und bei der anderen vielleicht ein bisschen mehr rausgedreht werden. Aber wir schauen uns jetzt mal die sieben Bereiche an, die ich normalerweise bearbeite und wir fangen natürlich, wie so oft, wenn du mir schon etwas länger folgst, fangen wir an mit einem Low-Cut. Mit einem Low-Cut kann man wunderbar untenrum aufräumen, da wo im Prinzip keine Nutzsignale sind und ich kann dir das mal hier im Analyzer zeigen, weil das mal hier solo die Stimme laufen, damit du hörst, was ich meine und vor allem, damit du hier mal sehen kannst, was sich in dem Bereich zwischen 0 und 100 Hertz hier rumtummelt, was mit der Stimme rein gar nichts zu tun hat. Achte mal drauf auf das, was der Analyzer hier anzeigt. Das sind so Nutzsignale, keine Nutzsignale, das sind Unnutzsignale, die man einfach rausfiltern kann mit einem Low-Cut und wo man dafür sorgen kann, dass diese Signale schon mal nicht mehr im Mix rumpumpeln und vielleicht dem Bass irgendwann mal in die Quere kommen. Also Low-Cut setze ich in der Regel bei einer Männerstimme so bei, sagen wir mal, 80 Hertz, da sollte man auf der richtigen Seite sein. Solltest du feststellen, dass mit dem Low-Cut deine Stimme spontan ein bisschen dünner wird, dann dreh ihn einfach ein kleines bisschen zurück, dann bist du über das Ziel hinausgeschossen. Wir wollen ja erstmal nur hier ein bisschen aufräumen mit dem Low-Cut, einen Sicherheits-Low-Cut quasi setzen. Wenn du deine Stimme etwas belegter untenrum hast oder zu nah dran gewesen bist, zum Beispiel über den Nahbesprechungseffekt oder nicht du der Sänger warst, sondern jemand anders die Aufnahmen gemacht hat und du das ein kleines bisschen runterdrehen möchtest, dann empfehle ich dir einen Low-Shelf als zweiten Schritt. Der Low-Shelf ist ja eine breitbandige Absenkung oder Anhebung, so ist es richtig, wie du hier sehen kannst, breitbandig anheben oder eben absenken. Ich stelle die für solche Fälle und wir haben ja hier so einen Fell ungefähr bei 180 bis 200 Hertz ein. Machen wir 180 und ich zeige dir mal, indem ich das überbetone, welches Band ich genau meine, denn das wirst du relativ schnell hören. Wann werde ich dich wiedersehen? Das ist genau der Bereich, der dann wirklich jetzt so überbetont klingt und ich stelle hier mal den Loop ein bisschen kleiner, der hier so überbetont klingt, der aber auch, wenn ich den deaktiviere schon, wenn du jetzt drauf achtest, schon durchaus ein bisschen zu viel drauf hat, vielleicht eine Scheibe Wurst zu viel drauf gelegt. Wann werde ich dich wiedersehen? Und ich senke den einfach mal um drei dB ab. Wir machen also das Band wieder an und ich senke den mal um drei dB ab und dann kannst du mal hören, was passiert, wenn ich das an und aus mache. Wir starten ohne und dann mache ich es an. Und es klingt gleich untenrum ein kleines bisschen leichter. Es trägt nicht mehr so dick auf und dementsprechend kann das angenehm sein. Es kann gewollt sein, dass es so dick aufträgt. Deswegen sage ich ja, probiere es aus, ob das bei dir funktioniert oder nicht und probiere es vor allem im Mix aus. Aber der Einfachheit halber zeige ich es dir jetzt mal gerade ohne Mix, damit du auch wirklich hören kannst, welche Bereiche ich meine. Ich würde jetzt hier mit minus drei, wäre ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, würde also jetzt hier minus zwei wählen, ein kleines bisschen zurückrudern und fühle mich dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also zweiter Schritt, Low Shell Filter. Dritter Schritt ist normalerweise, dass ich den Bereich der Pappe, so nenne ich das immer so, der Bereich zwischen 350 bis 500 Hertz irgendwo, dass ich da ein kleines bisschen rausnehme mit einem Bell Filter, nennt man ihn mit einem Glockenfilter. Das ist dieser hier. Du siehst auch, er hat so eine kleine Glockenform und mit dem steuere ich meistens so den Bereich bei 450 Hertz an. Auch hier, 450 Hertz ist keine Gesetzmäßigkeit. Versuch herauszufinden, welcher Bereich das bei dir ist. Ich überbetone das jetzt hier einfach mal. Ich stelle mal die Filtergüte auf 0,5, damit das ein bisschen schmalbandiger ist. Und jetzt hör mal genau darauf, was das hier genau ist. Das klingt richtig unangenehm. Natürlich, ich habe das um 14 dB angehoben, um das zu verdeutlichen, welchen Bereich ich meine. Aber wenn du den Bereich jetzt hier, bei 340 bin ich jetzt, bei 350 bin ich rausgekommen. Wenn ich den Bereich jetzt ein kleines bisschen absenke, einfach so ein bisschen rausnehme, dann wirkt das Signal gleich deutlich aufgeräumter. Und wie gesagt, von Stimme zu Stimme unterschiedlich. Probier es bei dir aus, irgendwo zwischen 350 und 500 Hertz wird dieser Bereich liegen. Und dann ziehst du ein bisschen raus und dann klingt das aufgeräumter. Wir stellen das hier auch mal ein. Und zwar minus 3 dB wieder. Und ich verstate mal wieder beim Abhören ohne und dann mache ich es wieder an. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? In meinen Ohren klingt es sofort ein kleines bisschen aufgeräumter und klarer und wieder nicht ganz so belegt und vielleicht nicht ganz so billig wäre, vielleicht das falsche Wort, aber schon so ein kleines bisschen. Auch hier bin ich mit minus 3 für meinen Geschmack ein kleines bisschen zu weit geschossen und würde also jetzt minus 2 dB ansetzen. Als drittes also Absenkung im Bereich der Pappe, wie ich es immer so nenne. Es klingt immer so ein bisschen, als wenn man so gegen Pappkarton klingt. So ein bisschen klingt dieser Frequenzbereich. Als nächstes kann man sich den Bereich der Sprachverständlichkeit vornehmen. Das ist ungefähr so bei 2 Kilohertz. Da muss man mal ausprobieren. Kommt vor allem bei Podcasts sehr gut oder bei Hörspielaufnahmen, Hörbuchaufnahmen, dass man da die Stimme ein kleines bisschen anhebt bei 2 Kilohertz, aber kann auch durchaus funktionieren, wenn du einen sehr dichten Mix hast und deine Stimme ein kleines bisschen hervorheben willst, bei Rap-Vocals zum Beispiel, dass du da ein kleines bisschen anhebst. Ich wähle also mal ein Band hier bei 2 Kilohertz aus, 2000 Hertz stelle ich mal ein und auch da überbetone ich mal, damit du hörst, welchen Bereich ich da genau meine. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Also die Sprachverständlichkeit ist in diesem Bereich dann deutlich verbessert, weil das nämlich der Bereich ist, in dem unser Ohr sehr, sehr gut hören kann. Irgendwo so zwischen 2, 3 Kilohertz hört unser Ohr wirklich fantastisch gut und ist dann wirklich darauf gepolt, darauf zu achten. Achte aber selber drauf, dass du es nicht überbetonst an dieser Stelle, denn dann kann es schnell ätzend klingen und dann nervt es schon fast wieder. Auch hier ist natürlich viel zu viel. Ich würde mal sagen, wir heben mal hier 2 dB an und ich mache es wieder aus und wieder an. Sehr ein bisschen breitbandig für meinen Geschmack. Ich mache mal 0,5 die Filtergüte wieder an dieser Stelle. Falls du mit diesen ganzen Faktoren hier vom Equalizer nichts anfangen kannst. Ich habe schon mal eine längere Strecke dazu gemacht an Videos. Die kann ich dir hier oben mal einblenden. Kannst du mal draufklicken. Da werden nochmal die einzelnen Filterbänder erklärt. Wir sind ja jetzt hier nur bei Vocals, aber der Equalizer als solcher wird dann da erklärt. Blende ich dir hier oben auf jeden Fall nochmal ein, findest du im Mitgliederbereich bei mir. Also wir machen jetzt nochmal aus und dann wieder an und das gleiche Spiel. Achte mal drauf, wie die Sprachverständlichkeit steigt. Klingt gleich ein kleines bisschen klarer, besser zu verstehen und im Mix ist das dann noch ein kleines bisschen deutlicher. Das zeige ich dir jetzt, aber jetzt mal gerade im Moment nicht. Kannst du dann bei dir zu Hause ja nochmal ausprobieren. Kommen wir zum fünften Bereich. Das ist so ein bisschen der Engländer würde es The Air nennen, also die Luft. Es sorgt dafür, dass die Stimme ein kleines bisschen luftiger klingt und das ist der Bereich so bei 8, 10 Kilohertz in dem Bereich. Sagen wir mal 10 Kilohertz, wo man ein kleines bisschen anheben kann. Anheben mache ich mit diesen parametrischen Equalizern normalerweise nicht ganz so gerne. Kann man aber machen, zeige ich dir mal kurz. Wir machen hier 10 Kilohertz, stelle ich hier mal ein und heben da mal an und achte mal darauf, welcher Bereich das ist, wie das klingt. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Das ist so ein bisschen oberhalb der Sibilanzen, also der S-Laute, die meistens so bei 7 Kilohertz, 6, 7, 8 Kilohertz liegen und hebt so ein kleines bisschen das Gefühl an, dass es eine luftige, eine klare Aufnahme ist, die man wirklich gut hat. Diese Anhebung mache ich, wie gesagt, hier nicht so gerne, sondern suche mir dafür meistens, dass ein Plugin, mit dem so ein analoger Equalizer nachgebildet ist, zum Beispiel ein Pultec EQ. Und bei Logic ist der mitgeliefert, das heißt, ich kann hier einfach einen, wie heißt der, Vintage Tube EQ wählen und in deiner DAW wird es sicherlich auch ein Equalizer sein, der einem Pultec EQ nachempfunden ist und den stelle ich genauso ein, wie man das macht hier, mit einer halbgroßen Breite hier, da stellt man die Breite ein vom Filterband und dann kann man hier das Band noch auswählen, wir nehmen hier auch 10 Kilohertz, wie ich das gerade auch gemacht habe und heb jetzt hier auch nochmal an mit einem Highboost und achte mal drauf, wie viel musikalischer klingt dieser Equalizer, diese Nachbildung, auch wenn es nur eine relativ günstige Nachbildung ist, aber wie viel musikalischer klingt sie als der parametrische Equalizer. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Ich habe jetzt volle Pulle reingedreht und trotzdem klingt es noch nicht ätzend. Natürlich bin ich über das Ziel hinausgeschossen, aber es klingt immer noch nicht ätzend. Ich drehe mal zurück nach Geschmack. Wann werde ich dich wiedersehen? 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 Mach so einen kleinen Schimmer oben drauf, das ganze Signal ein kleines bisschen griffiger oben drauf. Deswegen also eine schöne Sache mit so einem Pulltec EQ, egal von einem Dritthersteller oder eben aus der DRW hier, ein kleines bisschen anzuheben. Das waren die fünf Standardbänder, die ich normalerweise bei statischen Equalizers benutze. Kommen noch zwei dynamische dazu. Zwei dynamische Bänder und wenn du keinen dynamischen Equalizer hast, empfehle ich dir den TDR Nova, den ich jetzt hier mal aufrufe. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Den kannst du nämlich dann auch nutzen. Und der funktioniert im Prinzip genauso wie der Standardparametrische Equalizer, den wir gerade benutzt haben. Aber er kann halt auch eine dynamische Komponente einschalten. Will sagen, wenn du in einem Frequenzband, was du dir aussuchst, wenn du da ein kleines bisschen zu laut wirst und über einen gewissen Threshold hinausgehst mit dem Pegel, dann reduziert dieser Kompressor einfach so ein kleines bisschen den Pegel und sorgt dafür, dass es eben nicht zu viel wird. Und wenn wir so einen Nahbesprechungseffekt haben, wie bei diesen Vocals hier zum Beispiel, dann kann man dafür sorgen, dass wenn da einzelne Frequenzen trotz des Low Shelfs noch ein bisschen aus dem ganzen Bild herausschießen, dass man die dann mit dieser dynamischen Komponente wieder einfangen kann. Funktioniert vor allem wirklich gut bei Equalizern und bei Vocals, die zu viel Nahbesprechungseffekt haben. Dazu stellen wir auch wieder wie gerade das Band auf einen Low Shelf ein und stellen den hier bei 200 Hertz mit der Kernfrequenz ein. Das ist ungefähr der Bereich, in dem dieser Nahbesprechungseffekt zu suchen ist. Packen dann den Gain hier alles gar nicht an. Das haben wir ja gerade schon in einem anderen Equalizer gemacht bei Tipp 2. Jetzt bin ich hier schon mit der beweglichen Maus drüber gekommen. Hier soll eigentlich eine Null stehen und müssen jetzt hier nur im Threshold-Bereich einstellen, sodass er ein kleines bisschen komprimiert. Ich mache mal kurz hier den Analyzer an. Auch zu diesem Plugin habe ich schon mal ein Video gemacht. Das kann ich dir hier oben auch mal gerne einblenden, damit du dir das genauer anschauen kannst. Jetzt nur so viel. Wenn wir hier den Threshold jetzt bei diesem 200 Hertz Band, wenn wir den jetzt hier ein bisschen runterdrehen, kannst du hier an dieser Kurve hier sehen, wie viel er komprimiert und du kannst es aber auch hören. Wir mischen ja eigentlich mit den Ohren und nicht mit den Augen, aber da hast du es nochmal visualisiert, wie er dann tatsächlich alles, was über den Threshold hinausgeht im Bereich bis 200 Hertz, dann ein bisschen im Pegel absenkt. Ein toller dynamischer Equalizer, kostenlos zu haben, wirklich ein tolles Ding. Und machen wir das doch einfach mal. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Sorgt jetzt wirklich für einen bisschen ausgeglichenen Eindruck untenrum. Und das wird wahrscheinlich gleich, wenn wir die gleichen Equalizer-Einstellungen nochmal auf die 5 cm Abstand Aufnahme stellen, da wird es nochmal ein kleines bisschen deutlicher werden, dass man mit so einem dynamischen Equalizer wirklich gut aufräumen kann. Ich zeige es dir nochmal ohne einmal mit, wenn es zwischendurch knacken sollte, das ist vom Einstellen hier mit dem Equalizer, der hat so ein kleines bisschen Problem mit An- und Ausmachen. Das ist aber nicht bei der, wenn du das ausspielst. Das Problem ist hier tatsächlich nur beim An- und Ausmachen, wenn man solche Vergleiche hört, wie wir die gerade machen. Also ich mach mal aus und dann machen wir nochmal an. Hör mal. Wann werde ich dich wiedersehen? 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 Also der Nahbesprechungseffekt ist in meinen Ohren deutlich weniger aufdringlich, wenn man so eine dynamische Komponente hat und dafür sorgt, dass eben nur die, die Frequenzbereiche wirklich abgesenkt werden, die ein bisschen übers Ziel hinausschießen, über den Threshold, den man hier so einstellen kann. Die dynamische Komponente von diesem TDR Nova kann man sich auch als DSer-Ersatz nutzbar machen und dafür sorgen, dass die Bilanzen so bei 7 Kilohertz abgesenkt werden. Immer wenn man da über den Threshold hinausgeht, also wie ein scharfer S-Laut zum Beispiel, dass dann obenrum ein kleines bisschen abgesenkt wird. Und dafür gehen wir mal hier auf das vierte Band vom TDR Nova und stellen hier einfach mal 7 Kilohertz ein. 7 hier. Und stellen dann hier auch mit dem Threshold so ein, dass wir an einer Stelle, wo wir ein S-Laut haben, den suche ich mir jetzt mal kurz, weil das kann man natürlich am besten machen, da wo auch ein S-Laut ist. Da ist es schon. Zusammen um die Häuser ziehen. Wiedersehen. Ein bisschen verschieben im Loopbereich. Zusammen um die Häuser ziehen. Genau, den nehmen wir mal. Und jetzt stellen wir einfach mal den Threshold so ein, dass bei Zusammen um die Häuser sehr ziehen, dass da das S ein kleines bisschen eingefangen wird und ein bisschen komprimiert wird. Also einfach am Threshold drehen und gucken, was passiert. Du kannst es hier auch wieder beobachten an der gelben Linie, falls du es noch nicht hören solltest. Zusammen um die Häuser ziehen. 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 Und du siehst, ich stelle das beim Hören ein. Das heißt, ich mische ja mit den Ohren und muss jetzt hier natürlich auch dafür sorgen, dass die S-Lauten nicht zu scharf eingefangen werden, weil sonst fängt man an zu lispeln. Aber diese dynamische Komponente, die macht es schon wirklich sehr charmant hier als die S-A eingesetzt oder missbraucht, kann man auch sagen, dafür zu sorgen, dass das Signal ein kleines bisschen aufgeräumter ist. Und ich mache das Band nochmal aus und an und dann kannst du nochmal hören, was es mit den S-A-S macht. Also einmal aus, starten wir erstmal und dann an. Zusammen um die Häuser ziehen. Zusammen um die Häuser ziehen. Also die S-Laute sind bei weitem nicht so aufdringlich und genau das ist es ja, was man haben möchte. Die S-Laute sollen halt nicht rauspieken aus dem ganzen Bild und dann ganz scharf in den Ohren britzeln, wenn du zum Beispiel Kopfhörer auf hast. Sieben Bänder, die ich jetzt hier angewendet habe, ich zähle sie nochmal kurz auf. Low-Cut, Low-Shelf, dann Pappe bei 350 bis 500 Hertz, dann Sprachverständlichkeit bei ungefähr 2 Kilohertz, dann nochmal die Luft obendrauf, die Luftdigkeit bei 8 bis 10 Kilohertz und dann noch zwei dynamische Bänder, einmal für den Nahbesprechungs- oder gegen den Nahbesprechungseffekt bei ungefähr 200 Hertz mit einem Low-Shelf dynamisch und dann die S-Laute einfangen bei 6, 7, 8 Kilohertz. Musst du mal ausprobieren für deine S-Laute, dann nochmal mit dem dynamischen Teil hier eingefangen vom TDR Nova. Jetzt hören wir uns doch nochmal kurz an, wie diese Einstellungen, die wir jetzt hier vorgenommen haben, auf den anderen Kanälen, bei den anderen Aufnahmen funktionieren und dazu kopiere ich hier mal kurz alle Einstellungen rüber und dann können wir uns mal kurz anhören, wie das auf den anderen Kanälen klingt, wenn man zum Beispiel eine Aufnahme hat, die wirklich mit starkem Nahbesprechungseffekt eingesungen wurde, mit 5 Zentimeter Abstand, aber auch auf der anderen Seite, wenn man sehr weit weg gestanden hat, bei 30 Zentimeter. Wir starten mal mit der 5 Zentimeter Aufnahme, ich mache mal aus und dann an und dann hören wir mal, was passiert. Warte, ich nehme mal wieder den Loop von hier vorne, der war ja ganz charmant. Wann werde ich dich wiedersehen? Man hört schon diesen ausgeprägten Nahbesprechungseffekt, dass es wirklich mumpfig und dumm schon fast untenrum klingt, aber hören wir mal, wie es jetzt mitklingt. Also schon deutlich, dass die Einstellungen, die wir eigentlich für die Aufnahme mit 10 Zentimeter Abstand gemacht haben, dass die hier auch wunderbar funktionieren bei der Aufnahme mit 5 Zentimetern. Muss man vielleicht je nach Aufnahme dann nochmal ein kleines bisschen nachjustieren, vielleicht den Nahbesprechungseffekt in dem Bereich noch ein bisschen mehr komprimieren, indem man den Threshold ein bisschen weiter runtersetzt. Aber das ist ja von Aufnahme zu Aufnahme unterschiedlich. Hören wir mal bei 20 Zentimeter Abstand, wie es da klingt. Erst aus. Und hier hört man schon, dass die Einstellungen eigentlich auch im Prinzip alle ordentlich gewesen sind, aber zum Beispiel bei 2 Kilohertz hätte ich jetzt ein bisschen weniger angehoben, den Nahbesprechungseffekt untenrum hätte ich ein kleines bisschen weniger abgesenkt und dafür gesorgt, dass das Signal ein bisschen ausgeglichener wird. Und so siehst du, dass das ein dynamisches Gebilde ist. Wahrscheinlich ist die Einstellung jetzt für die Aufnahme mit 30 Zentimeter Abstand dann noch ein bisschen zu viel. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Bitte entschuldige das Knacken, das war tatsächlich vom TDR Nova nochmal. Hier würde ich jetzt das dynamische Band hier untenrum ausschalten und den Low Shell wahrscheinlich auch ausschalten hier. Der ist schon ausgeschaltet und dann gucken wir mal, wie es jetzt genau klingt. Wann werde ich dich wiedersehen? Wann werde ich dich wiedersehen? Bestens damit käme ich jetzt schon klar. Du siehst also diese sieben Bänder, die ich hier angepackt habe, sei es statisch mit dem Equalizer oder sei es dynamisch mit dem TDR Nova, dass die wunderbar funktionieren und dafür sorgen können, dass deine Vocals sauber aufgeräumt werden. Und ich wünsche dir beim Ausprobieren jetzt wirklich viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Schreib mir mal deine Erfahrungen gerne unten in die Kommentare und ich bin mal gespannt, was du schreibst. Vielleicht hast du auch einen Lieblingsfrequenzbereich, den du auf keinen Fall ausgelassen wissen möchtest. Dann können wir demnächst von sieben auf acht oder neun Tipps vielleicht erweitern oder aber auch reduzieren auf drei oder vier. Vielleicht reicht das ja für deine Vocals in der Regel auch schon aus. Ausprobieren, an deine Vocals anpassen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Hoffe, dass du weiterhin gesund bleibst, viel Spaß an der Musik hast und vor allem hier auch wieder Lust hast, in diese Videos vom Recording-Blog reinzugucken. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und jassu!